So, willkommen zurück zu Super Mario On-N... Ich probiere es jetzt mal richtig auszusprechen. Oh, this water is so cold. I was at this huge temple, but the sun, the sun, it was so hot. I heard that at the other end of this desert there is a volcano. Interesting to have a volcano on the holiday island. Well, I did not get there. The spinel and the grinel stopped me before I was even trying. Okay, that is not one of those who opened me the cannon. That would be a not-tötiger Treibstand. So, I am not-tötiger Treibstand. I am not-tötiger Treibstand. I am not-tötiger Treibstand. What the fuck? I am not-tötiger Treibstand. Ah, okay. So, kommen die Kugeln also hierher. Fail. Fail. Ah, und da kommen sie auch. Und ja. Da ist auch so... Bobo. Bobo. There is something strange about this place. The pillars, they are so special some are bright at the top and the rest is dark. But they are too high for me. You do want to know how I know that some pillars have different colors? Have you ever heard of Google Maps? Oh, nice. Ich hab's doch falsch vorgelesen, aber ich hab's verstanden. Nice, wenn das funktionieren würde, hatte ich tricks mich da als hoch. Hey, das hätte ja fast funktioniert. Egal. Nehmen wir den normalen Weg. Und ja. Machen wir mal wieder ein paar Safe States. Und ja. Ich würde mal sagen, die Andersfärbigen haben Secrets. Ja. Eindeutig. Alle, die was etwas heller sind. So, das war die drei. Ähm, und so. Ah, das war fail. Das wäre fast noch's g gewesen. Das war fail. Das war auch nicht ganz das wahre. Stehe ich um? Nee, fail. Fail. Man kann doch. Nee. hier rüber. Dann nicht. Dann halt ganz langsam jede einzelne Plattform anspringen. Ich hasse es, wenn man diese Art von Skill benötigt. Aber das muss... Was war das denn jetzt? Muss auch sein. Und jetzt mit einem gekannten Weitbomb. Yes. Und zurück. Da wo ich her kam. Na ja. Fast. Und jetzt. Hier geht's. Der Golden Palace. Egal. einmal sterben ist kann so lange das nicht zur regelmäßigkeit wird den habe ich jetzt nicht kommen sehen dann auch nicht feuer so was haben wir so an den randflächen vielleicht eine blaue münze versteckt nee da wollte ich mir doch nicht da wollte ich dann doch nicht hin habe ich gesagt wo wir nur mal da lang da sind ziemlich viele ernst das könnte der stern sein den ich machen wollte so jetzt nicht mehr fehl hier aber trotzdem noch geschafft der mp war das sehr schön jetzt sollten wir noch ein paar münzen was finden ja egal irgendwas was münzen gibt ich hab das schön hey wo kommst denn du her ja ja Was ist jetzt los? Egal, ich sollte nicht zu viele Safe-Tails laden, denn... Nein! So, hier in Safe-Tails machen. Hier. So. Dann habe ich auch diese Münze, dann... Dann hier mal weiter schauen. Da kommen gleich Kugeln, ja. Und natürlich Feuer. Ist hier vielleicht ein Warp? Nee, aber ein richtig guter Fail. Komm, da jetzt... Hochskill mit Wandkommen. So, und das jetzt noch mal probieren. Nee, okay, kein Warp. Gut zu wissen, dass ihr kein Warp ist. Ähm, ja. Schön, 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 schön. Danke, danke. So, sehr schön, dass ich mich die Kamera auch mal wieder... Danke. Danke. Hammera. Ach, ja. Oben wird schon irgendwas noch sein. Ich könnte von da da rüber mit weit sprungen. Aber zuerst mal hier den ganzen Rand erkunden, ob wir vielleicht irgendwo... Münzen oder sowas sind. Und... Nee, anscheinend nicht. Da unten wird auch noch mehr Säulen... Aber eigentlich habe ich auch schon mal da unten. Ja, das ist ja auch schon mal da unten. Komm her, da Flygay. Hier bin ich. Danke. Mal sehen. Mal da hoch. Nee, jetzt nicht. Nicht. Während hier eine Flamme ist. Vier Münzen noch. Dann wäre das auch geschafft. Drei. Zwei. Eins. Jetzt mal sehen, ob das ein Fake-Star ist. Ja, ist ein Fake-Star. Ich habe es mir gedacht, weil der so auffällig da stand. Und 100 Sterne. 100 Münzen. 100 Münzstern, so. Ja, ja. Aber es heißt aber, hier in der Nähe müsste irgendwo ein Stern sein. Vielleicht irgendwo im Gitter, wo ich nicht reichen kann. Vielleicht dafür eine Unsichtbarkeitskappe brauche. Die hier ist. Sehr nett. Und da rein. Oh, der Fug. Wer bist du? Wie kannst du in eine alten Hause wegbrechen? Du fühlst jetzt unsere Revenge. Hand in Hand. warum ist denn so eine blöde Kamera schon besser Feuer Brammo Beat Bar Ah, fat plumber, can't stand this lameness, must die. Weird is this firetrift-michetzt. Oh, perfect. Break into the temple. Break in the temple. Okay. Now only 15 more rainbow stars are left. Keep it on, and don't forget, all toasts toasts. Toast. Ja. Und ich habe wieder mal keine Ahnung, wie viel Stern ich hier schon gesammelt habe. Bin ich nicht super im mitzählen. Irgendwie null Bock mitzuzählen. Aber die Hunde, also die blauen Münzen fehlen auf jeden Fall noch, denn da habe ich erst fünf. Aieeee. Aie- das kann ich da rein natürlich nicht warum sollte ich da rein können feuer warum sollte ich auch da warum sollte es auch noch mal so wo könnte ich jetzt noch finden noch mal darüber bestimmt keine blöde idee und dann halt diesmal ja keine ahnung mal darunter das kenne ich glaube noch gar nicht mal sehen was hier so steht auf dem schild stopp you're going to do a can please follow a guide we are not liable for any damage you are going to suffer der auf zum vulkan und zwar und zwar so ist das die nächste welt ok dann nicht dann nicht hier kommt der okay das das war jetzt nicht notwendig ok naja was ist er nicht damit wissen soll das sein keine ahnung blauen münzen blauen münzen blauen münzen blau 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 was war da ich mich fast gar nicht umgesehen da drüben war ich zum beispiel noch nicht ich kann die abkürzung hier hoch sehr schön das war sogar zu weit sehr schön perfekte hier ist geld das ist hier in der box was ist hier in der box unsichtbare gegner das manchmal nicht und sie war browser kann das sein die trample hier das will ich jetzt noch mal testen das sind unsichtbarer browser vielleicht auch vergisst es nehmen wir einfach den stern hier ich glaube jetzt fehlt nur noch der blauen stelle das antike gebäude ok nicht 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 ach komm jetzt bin ich das jedes mal schief ich danke ja 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 das geht sich aus sehr schön sehr schön nein das ist nicht sehr schön ich da mal rüber meiner dort drüben schon mal gewesen zu sein ja dann die stammverdachter gekommen bekannt vor ich glaube hier schon mal in der blauen münz ja hier rüben war ich eindeutig schon mal ja genau der gigantische kaktus war hier vielleicht geht es hier weiter man weiß ja das war's für diesen part also bis dann wiedersehen ja 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 ja